Hallo, ich bin's Klaus, hier von der IAA Mobility in München. Hier jetzt das echte Highlight des Volkswagen-Standes, der ID.Live. Ein Showcar, der zeigt, die Mobilität in der Zukunft gestaltet sein könnte. Und ich zeige euch jetzt ein paar Details. Das Team hat hier wirklich ein sehr visionäres Showcar hingestellt. Das beginnt schon bei der Lichtsignatur, die eben extrem einzigartig ist und dem Fahrzeug extrem viel Charakter gibt. Wir haben hier oben ein Trunk, also ein Front Trunk. Eine Ablage, die hier mit einem Softcover abgedeckt wird. Das Auto ist aus recyclierten Materialien hergestellt. Das macht also nichts, wenn hier mal ein Katzer reinkommt. Und das ganze Fahrzeug ist quasi Teil einer Circular Economy. Am Ende kann aus dem Kotflügel wieder ein Kotflügel hergestellt werden. Das ist natürlich extrem spannend für zukünftige Wertstoffkreisläufe und für die Nachhaltigkeit. Extrem kompakt in den Außendimensionen. Langer Radstand, aber insgesamt sehr kompakte Außenlänge. Sehr charakterstark mit einem abnehmbaren Dach. Und am extrem flexiblen Interieur zeigt eben dieses Fahrzeug, wie Mobilität für den urbanen Raum, für junge Leute aussehen kann. Extrem attraktiv aus meiner Sicht. Eben auch mit einem wahnsinnig flexiblen Interieur, das auch natürlich aus recyclierten Materialien besteht. Das Highlight, ID.LIFE. Es kommt weiter. Ja, die Vereine. Es geht ja. Es geht ja.